Welche Köter putzt sich auch noch, nachdem er meinen Braten gefressen hat? Was? Ratten? Etwa die großen Grauen? Die werden euch in Stücke reißen! Seht ihr? Jetzt habt ihr die Dienerschaft erschreckt. Ich hoffe, diese Biester sind tot. Hm, bestimmt hat der Hund die Ratten erst angelockt. Oh, schau mich nicht so an. Ich bin immun gegen deinen Hundeblick. Also gut, hier, das ist für dich. Und sag nicht, dass Nen dir nie etwas gibt, Mistköter. Danke, Herr. Jetzt können wir weiterarbeiten. Ja, genau, ihr beiden. Was steht hier noch rum?